So, alle haben einen schönen Platz gefunden. Es geht weiter im Programm. Danke, dass sich alle so viel Zeit nehmen und trotz der schlechten noch so aktiv hier dabei sind. Es geht weiter mit Helge Hansen. Alles offen, alles gut. Wie gefährlich Kontrollverlust und Privatsphäre wirklich sind. Ja, hallo. Ich freue mich, dass hier so zahlreich erschienen sind. Ja, das Problem ist, das blendet jetzt total. Aber kriegen wir auch hin. Ja, die meisten von euch kennen den Blog vielleicht, für den ich schreibe, die Mädchenmannschaft, vielleicht auch nicht. Das ist so das größte feministische Weblog Deutschlands seit 2007. Und ich bin seit 2009 dabei und verfolge auch Datenschutz und kann auch die Post-Privacy-Debatte schon eine Weile länger. Bin ja eigentlich mir die Alu... Doch noch ein bisschen so... Ah, okay. Bin ja eigentlich mir auch die Aluhütin. Und schließe an das an, was Christian Bahls eben schon kritisiert hat, dass mir einige Punkte in der Post-Privacy-Debatte immer noch so ein bisschen zu kurz gedacht scheinen. Gerade die Frage, mehr Offenheit gleich weniger Diskriminierung, was wir eben schon mal auf der Bühne hatten. Und ich sehe das ehrlich gesagt deutlich kritisiert. Vor allen Dingen, weil jetzt so alles, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, leider nicht wirklich dafür spricht. Beziehungsweise, wenn es dafür spricht, den Leuten, die sich dafür einsetzen, das Leben unglaublich schwer macht. Und darüber wollte ich jetzt ein bisschen reden. Und zwar habe ich angefangen und mir die Argumente zusammengesucht, die ich bisher mal schon mal gehört habe, die so in diesen Post-Privacy-Debatten immer mal wieder aufkommen. Ich glaube, ich sehe das hier nämlich gerade nicht. Ich mache das Mikro eben ab. Genau. Also einmal, Offenheit führt zu weniger Vorurteilen. Ich habe das nur über den Street bzw. Dritter mitbekommen. Es war vorhin schon mal das Argument, seit Guido Westerwelle sich geaustet hat als Schwul, gäbe es weniger Vorurteile gegenüber Schwulen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dann hatten wir das gerade eben auch schon angesprochen. Private Räume verdecken Missstände. Tun sie zu einem gewissen Grad bestimmt schon. Ich denke aber nicht, dass unbedingt mehr Offenheit dabei hilft und dass es da noch andere Mechanismen gibt, die mit reinspielen. Dann auch eine These, die ich schon mal gehört habe. Offenheit gleich weniger Repressionsmöglichkeiten. Darüber muss man sich, glaube ich, auch noch mal ernsthaft Gedanken machen. Dann auch eine Sache, die immer wieder kommt, ist so, ja, im Internet haben wir jetzt diese Anonymität und diese Anonymität führt dazu, dass bestimmte Äußerungen erst erfolgen. Dass Leute die Hemmungen fallen lassen und zeigen, wie scheiße sie sind und anfangen, offen zu diskriminieren. Also sie sind versteckt, aber die Diskriminierung ist offen. Ich glaube auch nicht, dass es an Anonymität liegt. Und zum Schluss die These, marginalisierte oder diskriminierte Gruppen müssen aufsprechen, um was zu bewirken. Es kann was bewirken, wie wir das eben schon erfahren haben. Christian Balz, der sich da offen geäußert hat. Aber das ist der Punkt, an dem ich noch mal weitergehend ansetzen möchte für andere Ideen, falls hier Leuten wirklich etwas daran liegt, die Diskriminierung abzubauen, was man vielleicht besser machen könnte. Denn nur marginalisierte Menschen sprechen zu lassen, ist nicht das, was ich denke, was wirklich hilft, sondern kann im schlimmsten Fall Leuten das Leben nur wahnsinnig, wahnsinnig schwierig machen. Und die erste Frage ist halt dann, um noch mal auf die Frage hervorzurückzukommen, mehr Offenheit gleich weniger Diskriminierung, hat das überhaupt was wirklich miteinander zu tun? Und ich denke nämlich, nein, das liegt eigentlich mehr an Macht. Und wer sich mehr Offenheit verspricht, aber nicht gegen Macht argumentiert, der kann eigentlich daran gar nichts ändern. Denn wer Macht hat, ist auch immer in der Lage, Veränderungen in einer Gesellschaft für sich selbst zu instrumentalisieren, um seine Macht weiter zu festigen. Nur weil Veränderungen irgendwo stattfinden, heißt das nicht, dass sie an Machtverhältnissen etwas ändern und dass sie automatisch Leuten, die vorher weniger Möglichkeiten hatten, mehr Möglichkeiten geben. So, das, der Anfang, die Übersicht. Kommen wir also zu den einzelnen Themen nochmal. Offenheit gleich weniger Vorurteile. Das gibt es wohl tatsächlich auch als These, die immer wieder angeführt wird. Ich habe nicht gelesen, es gibt aber, soweit ich auch weiß, nicht mal wirklich einen Beweis dafür. Aber was immer wieder zu sehen ist, ist, dass in dem Moment, wo es solche Erfolgsbeispiele gibt, sie gleichzeitig wieder genutzt werden, um die Diskussion oder das Aufzeigen von Diskriminierung eigentlich unmöglich zu machen oder deutlich schwieriger zu machen. Um es an Michelle Obama zu demonstrieren, die jetzt quasi als eine erfolgreiche schwarze Frau immer wieder angeführt wird, die auch als diese Frau spricht, damit ja auch eine Vorbildfunktion hat. Wenn man sie sich jetzt genauer anguckt und genauer schaut, worüber redet sie eigentlich, wird eben deutlich, dass das alles gar nicht so einfach ist. Also auch wenn sich Westerwelle als Schule outet und einmal ein Beispiel ist, folgt daraus noch lange gar nichts. Also Michelle Obama zum Beispiel erzählt dann allen Leuten, dass sie halt um vier Uhr morgens aufsteht, wie hart sie arbeitet und dass sie ihren Mann explizit dazu ermuntert hat, selber auch was zu tun, dass sie auch, spielt noch ein anderes Thema rein, schwarze Frauen heiraten so selten, ihm explizit gesagt hat, dass er ihr einen Heiratsantrag machen muss in einem halben Jahr und ist jetzt irgendwie schon als eine Person, die einer marginalisierten Gruppe angehört, eben im Schlaglicht und es wird alles genau beleuchtet, was sie macht. Oder wir haben Westerwelle da, der vorne steht und der schwul ist. Das Problem ist bloß, daraus folgt ja eigentlich erst mal nichts. Also ein Schwuler kann Minister werden, eine Frau kann Kanzlerin werden und Michelle Obama kann auch Präsidentin werden. Aber was heißt das jetzt für mich, Frau als Schwulen, als schwarze Frau? Nichts. Im schlimmsten Fall ist es nur, dass genau diese Leute, die im Schlaglicht stehen, dass durch extreme Maßnahmen eine extreme Lebensgestaltung geschaffen haben und dann als Vorbild gelten, was auch alles extrem machen muss, weil es an all den Dingen, die da waren, dass schwarze Kinder auf nichtere Schulen gehen, dass diese Schulen weniger Geld bekommen, dass ich als Schwuler nicht heiraten kann beziehungsweise mein Lebenspartner nicht die gleichen Rechte hat, all das ist in keiner Weise angegangen, nur weil wir jetzt irgendwo offene Vorbilder haben. Dazu müssen andere Dinge kommen. Und es gab auch neulich noch einen schönen Vortrag, Blogpost, wenn ich ein schwarzes Kind wäre, was würde ich dann machen, was das Problem dabei sehr schön beleuchtet hat. Ein weißer Mann, 50, der darüber redet, was schwarze Kinder 14 machen sollen, aber augenscheinlich gar nicht weiß, wie die an Lebenswirklichkeit dabei aussieht. Aber ein schönes Bild von Michelle Obama. Und die nächste These, Privatheit versteckt Missstände. Ich habe jetzt ein eigentlich überhaupt nicht mit dem Internet zu tunes Bild quasi rausgesucht, wo aber deutlich wird, dass die Probleme, die tatsächlichen Probleme, die irgendwo da sind, dass die manchmal wirklich auch direkt in der Öffentlichkeit sind und kein Mensch sie in dem Moment thematisiert. Also nur weil etwas offen ist, wird es noch lange nicht als Problem anerkannt oder wird es als Problem thematisiert. Zum Beispiel hier sieht man links, dieses Mädchen, da steht dann, ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann, sie lässt heute noch alle Hemmungen fallen und daneben den Mann mit diesem Handy, er stellt sich später nackt ins Netz. Ein Beispiel für den Kontrollverlust hier, instrumentalisiert in dieser Kampagne Kenn dein Limit, um jungen Leuten zu sagen, dass sie halt darauf aufpassen müssen, was passiert darüber, dass es halt diesen Kontrollverlust gibt, kann man natürlich auch sprechen, aber was mir persönlich jedes Mal auffällt ist, da ist ein Mann, der so impliziert dieses Bild etwas tun wird, nämlich diese Nacktbilder ins Netz stellen, wofür er keine Genehmigung von ihr bekommen hat und das wird in gar keiner Weise thematisiert. Nachher ist sie noch sogar 16, damit ist es schon wieder Scheinkinderpornografie und ist eigentlich noch wieder ganz gefährlich, für ihn auch noch gefährlich, noch wieder ein anderer. Aber hier wird eigentlich nur gesagt, dieses Mädel muss aufpassen, weil ihre Nacktbilder könnten im Internet landen und die ganzen gesellschaftlichen Implikationen dahinter werden nicht thematisiert, sondern die werden einfach angenommen. Und das steht so, und ich habe noch wirklich nirgendwo gelesen, dass sie gesagt haben, Moment mal, hier passiert sowas und es passiert unter unserer Nase und das ist ja so öffentlicher, als seine eigenen Vorurteile so aufzuschreiben, geht ja nicht. Aber da passiert nichts. Also an anderen Stellen ist es auch so gewesen, dass Privatheit nicht unbedingt Missstände versteckt hat, sondern dass zum Beispiel die Prügelstrafe in der Schule früher extra instrumentalisiert wurde, um schlechtes Benehmen zu bestrafen. Das hat sich jetzt verschoben und das macht niemand mehr öffentlich. Aber auch das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist nur so teilweise, weil ich das auch schon gehört habe, dass es wirklich auch Fälle gibt, wo ganze Dörfer wissen, dass Männer ihre Frauen schlagen, ihre Kinder missbrauchen, dass es in Schulen bekannt ist und es passiert daraus nichts. Wenn diese Menschen Macht haben, wobei wir wieder beim Thema vorher sind, wenn andere Menschen Angst haben, das zu thematisieren. Und es kann eigentlich nicht öffentlicher sein, selbst heute, aber es folgen einfach keine Konsequenzen daraus. Und gerade wenn es da Abhängigkeit gibt, also was da eigentlich nötig wäre, wäre ein Bewusstseinswand und die Mathematisierung von solchen Problemen. Oder an dieser Scheme auch zu sagen, da sind ganz problematische Bilder noch mit versteckt, also es gibt bestimmt 100, aber alleine auf dieses Mädchen hinzuweisen, dem suggeriert wird, es darf nicht sich in der Öffnung ausziehen, weil alle Leute dann strafbarer Dinge könnten. Nächster Punkt. Offenheit gleich weniger Repressionsmöglichkeiten. Wenn jemand in aller Öffentlichkeit sagt, ich bin schwul, kann er damit nicht mehr erpresst werden. Dazu fällt mir eigentlich ehrlich gesagt nur ein What the fuck? Was ist überhaupt das für eine Argumentationslinie? Die Erpressung ist das, was strafbar ist. Das schließt an, was ich eben gesagt habe, wo es überhaupt, warum setzen wir nicht, dass Leute überhaupt erpressen? Warum sagen wir, hey, ist doch super, wenn es weniger Erpressungsmöglichkeiten gibt. Das ist so immer diese Linie, die sonst auch kommt, bei Frauen, die vergewaltigt wurden, wo man dann, hey, jetzt mein kurzen Rock, nicht angezogen. Das Problem ist doch nicht, was die machen oder was die sind. Das Problem liegt auf der anderen Seite. Da, wo Leute eben daraus die Diskriminierung ziehen beziehungsweise im schlimmsten Fall sogar Opfern von Laftraten die Schuld geben, weil man hätte ja X ändern können. Ja, zu dem Punkt fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Worte. Ich weiß immer nicht so ganz, was ich da sagen soll. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Anonimität? Und aus allein meinem Erleben bei der Mietmannschaft kann ich sagen, Anonimität ist nicht das Problem. Es gibt durchaus Leute, die schreiben mit ihrer richtigen E-Mail, mit ihrem Klannamen, die absurden Kommentare und E-Mails und Bedrohungen. Andrea Nahles ist wahrscheinlich noch das prominente Beispiel. Sie ist ja vor einiger Zeit in Elternzeit gegangen, hat eine Tochter bekommen, glaube ich, und ist danach zurückgekehrt in Politik und hat das offen thematisiert, was sie jetzt auch macht, ist damit mal eine der wenigen Kritikerinnen, die das eben machen, die auch dafür kämpfen, vereinbart Beruf und Familie und dann hat sie offen bezeichnete Briefe bekommen mit Adresse, in denen sie geschrieben haben, boah, was sind sie für eine schlechte Mutter, können sie das machen und sie wirklich auch beleidigt haben und bestimmt auch E-Mails und was nicht alles. Wo klar war, welche Menschen das sind, die aber der Meinung sind, dass ihre Ideen, sogar ihre Beleidung gerechtfertigt sind und dafür mit ihrem klaren Namen stehen. Deswegen kann natürlich sein, dass das Internet, oder passiert vermutlich auch, dass das Internet mehr Leute in der Anonymität dazu und hat das zu tun. Er liegt auf jeden Fall aber in Anonymität, denn diese Menschen existieren ja und ja, man kann, wir haben dann sogar tatsächlich in einem Fall von jemandem andere E-Mails bekommen, der meinte, wir möchten nochmal bitte Kommentare aus dem Internet nehmen. Er hatte eigentlich seine Meinung geändert, ihm war dann aber aufgefallen, dass es vielleicht blöd wäre, wenn man googeln kann, dass unter seinem Klarnamen die Haare schien, wie scheiße wir sind. Wir haben das dann tatsächlich nicht gemacht. Zensieren, wirfen uns mal vor, tun wir aber nicht unbedingt. Wir sind ja auch keine Stelle, wir können in dem Sinne gar nicht zitieren. So, und jetzt kommen wir zu meinem, was heißt Lieblingspunkt, zu dem wirklich schlimmsten Punkt, der immer wieder kommt, nämlich dieses Menschen, marginalisierte Gruppen müssen sprechen, damit sich irgendetwas ändert. Und sie müssen aufsprechen und offen machen, denn ansonsten ändert sich nichts. Und da fallen mir, glaube ich, 100 Millionen Beispiele ein, weil das wirklich auch nicht nur unangenehm sein kann, sondern auch gefährlich sein kann. Das letzte Beispiel hat Mapp auf Twitter getwittert von Skepchik, das eine berühmte Atheistin quasi aus den USA hat, das an diesem Reddit gepostet hat, What my super religious got me for Christmas. Und zwar das Buch Sagan, The Demon Haunted World, in dem es darum geht, das kritische Denken eben nicht einfach annehmen, sondern seinen eigenen Kopf anzustrengen, was man bei religiösen Müttern nicht unbedingt erwarten wird. Und das ist jetzt in diesem Atheism Channel drin. Ich möchte auch nicht näher darauf eingehen, wo es jetzt, was es vielleicht besser, der Fall, besser gepostet wäre, aber auf jeden Fall ist es unglaublich, dass ein junges Mädchen zeigt, ich bin Atheistin, ich setze mich für kritisches Denken ein und bekomme 100 Kommentare, die größtenteils sehen, wie man seine Dankbarkeit zeigen könnte, indem man alle möglichen Körperöffnungen fickt. Bei einer 15-Jährigen wohlgemerkt. Und dann diverse Leute, die es immer live und hoch posten und es ist total okay, dass man darüber schreibt. Und ich weiß, es ist einige Leute schwierig zu verstehen, aber es ist nicht unbedingt angenehm, auf das Internet seine Fickbarkeit nicht dekliniert zu bekommen, auch wenn man 15 ist, wenn man 15 ist, auch wenn man älter ist und im Schlimmsten Fall das eben wirklich noch direkt vor sein zu haben. Es ist nicht mal irgendwo geschieht, wo man es nicht mitbekommt. Und solche Dinge, da sind Menschen, die stellen sich öffentlich hin, die stehen für etwas ein, was vielleicht zum Beispiel auch in den USA gerade mit Atheism noch schwierig ist und kriegen dann solche Kommentare. Und ich kenne auch viele Bloggerinnen, die Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen bekommen, all das. Und allein dafür, dass sie sich irgendwo hinstellen und offen über Dinge reden, finde das dann sehr schwierig einzufordern, dass Menschen noch mehr öffentlich machen, weil wir, weil sowas kommt, solche Schützdämmen bekommen, weil sich Leute darüber lassen, was man machen kann oder im schlimmsten Fall ihre Fingern dadurch ausdrücken, dass sie einem den Tod der Gewaltigung androhen. Und die Frage, wen wollen wir dazu überhaupt mitbringen? Wo ist jetzt überhaupt die Verbesserung? Also vielleicht bringt das zum Umdenken, aber es bringt erstmal dazu, dass dieses Mädchen vielleicht so ausdenken, fuck, keinen Bock mehr drauf. Und ich kenne auch Leute, die sowas sehen und die sich dann davon abschassen und einfach sagen, ich will mich aussetzen und ich kann das sehr gut verstehen. Was ich schon alles erlebt habe, gibt es dann irgendeine Tage, an denen man sagt, ich ertrage nur so viel Scheiße und danach möchte ich gerne irgendwo hin zurückziehen, auch im Internet darüber hinaus, wo ich nicht angemeldet werde, wo ich nicht die ganze Zeit muss das Leute alles an mir kritisieren, nicht im konstruktiven Sinne, sondern auch, weil ich Frau bin, weil ich irgendwas getragen habe oder weil ich Atheist bin, nicht mal eigentlich nur, weil sie 17 ist und ein Mädchen ist und man sie ficken könnte. Und das sind auch Dinge, die so sind, wo sich nicht viel geändert hat. Also es gibt ja auch Lesben, die sich nicht trauen, auf der Straße Händchen halten, weil sie das erlebt haben, die ihnen was nachrufen oder sogar versuchen, sich zu verpüren. An anderen Stellen ist das ähnlich der Fall. Und was ich auch immer wieder mitgekommen habe, ist, wenn sich Leute beschweren, dass sie jetzt was öffentlich gemacht haben, sie dafür missbraucht oder so Abuse haben, dass dann wieder die Sache kommt, naja, ist der selber schuld, ist der Mädchen. Naja, sie ist halt ein Mädchen und hält ein Buch in die Kamera. Was ist denn? Dann noch der Vergleich, Männer würden das halt nicht machen, natürlich auch nicht. Da wurden dann diverse aufgezählt, wo junge Männer auch die Kamera hielten, die sie zu Weihnachten bekommen haben und wo Mädchen Bücher gepostet hatten, nur irgendwie auf dem Tisch. Aber sowas wird dann halt gerne herausgezogen. Und dann an anderer stelle ich immer die Frage, vielleicht hat sie auch die falsche Übung angehabt, was ich eben schon sagte. Und meistens geht es dann immer mit einher, so ja, gerne öffentlich sein, aber eigentlich nicht halt Frau sein. Oder du darfst dann halt öffentlich sein, aber du darfst nämlich zu schwul in der Öffentlichkeit sein oder zu wenig lesbisch. Und da haben wir schon alle diese, die sich da hinstellen. Und das ist halt, es bringt's, habe ich einfach nur das Gefühl. Und deswegen finde ich es sehr problematisch. Und, weiß ich nicht. So, da fehlt noch eine Folie, aber ich habe geschrieben. Ich denke, was tatsächlich Dinge sind, die sinnvoller sind und die notwendig sind, wenn man tatsächlich etwas gegen Diskriminierung tut oder dagegen, dass so etwas erfahren, muss man bei der Öffentlichkeit ansetzen, nicht bei der Offenheit ansetzen, sondern man müsste zum einen erstmal anerkennen, dass Probleme sind. Das passiert nämlich auch noch viel zu selten. Dann kann man sich tatsächlich über all diese Probleme auch informieren, ohne dass ein Mädchen ins Internet stellen muss. Und das führt sonst nur zu, dass ich als Frau erstmal hingehe, etwas thematisiere, dann kriege ich was offen, du blöde, vorzusagen, es ist nicht in Ordnung. Und dann muss man erklären, warum das wieder nicht in Ordnung ist, was man dagegen tun könnte. Und bin irgendwie gleich mehrfach eingebunden und muss viel damit verbringen, sowas zu erklären und weiß nicht mehr, ob es was bringt. Und das heißt, wenn man was dagegen tun würde, dass Schwule diskriminiert oder Frauen diskriminiert werden oder Menschen mit Migrationshintergrund diskriminiert werden, dann kann man das meistens, ohne dass tatsächlich eine Frau oder ein Schwuler dabei ist. Das heißt, all diese Sachen passieren auch, dass du schwul, du bist ja voll schwul, also auch passieren natürlich auch, wenn gar keine Schwulen da sind, man im Moment dagegen einstellt. Und Sachen, die mir als Frauen vergewaltigt, immer wieder in irgendeiner Lust und dann immer mitmachen, widmen dürfen. Und an der Stelle kann man schon einhaken, und sagen, finde ich aber nicht, weil das ist irgendwie so normalisiert, dass das irgendwie noch mehr ein Witz ist. Oder wenn man sagt, na, nichts gegen den A, oder, ne, jetzt nicht so rassistisch, ich finde, alle Schwarzen haben breit irgendwas. Das sind immer Dinge, wo man mal einsetzen kann und schon aktiv dagegen arbeiten kann, an, dass Rassismus und Diskriminierung geschieht, ohne dass jemand tatsächlich dabei ist, der Diskriminierung und der missbraucht wird im Moment und sich zweitens noch dagegen wehren muss und aufklären muss. Denn, finde ich, ist auch ehrlich gesagt ziemlich, wir weiterhin gute Räume haben, denn das sind im Moment die Räume, wo man, oder wo Mensch sich relativ sehen kann, dass all das nicht passiert. Denn, ein Beispiel von Reddit, aber das Gleiche passiert, wenn man Beagle online in die Kommentare guckt, bei der Süddeutschen, oder bei der Taz, bei der Taz ist besonders schlimm, in die Kommentare guckt. Es ist jetzt also nicht so, nur an bestimmten Punkten der Fall ist, dass es überall ist. Und das muss sich als Betroffenen überall aushalten, wenn ich bestimmte Dinge mache. Und geschützte Räume sind, wo nichts rauskommt, wo auch nicht jeder in der Fall sind, so das Einzige, das wirklicher sein kann, dass nicht die gleiche Scheiße auf einen Rund hält und dass man sich rechtfertigen muss und dass man im Fall auch noch gefährdet wird oder sich zumindest gefühlt fühlt. Und damit komme ich auch noch mal endlich zum 25 Minuten. Yay! Also, ich denke, das größte Problem, sagen wir wollen weniger Diskriminierung haben, ist mehr oder weniger öffentlich, sondern das Problem. Dann, was ich eben sage, diese Arbeit gegen Minierung, der Einsatz gegen Diskriminierung kann völlig unabhängig von allen anderen Dingen erfolgen. Und ich hätte gerne die geschützten Räume nicht die ganze Zeit mit dem ganzen Business setzen muss, der an allen anderen Stellen im Internet aufmacht. Ja, und war es auch schon. Ich glaube, wir haben jetzt eine Diskussion. Ja, hi. Also, ich glaube, in dem Vortrag kam rüber, wie du quasi die Post-Privacy-Sache, die ich gar nicht so verstehe und die ich vielleicht mal, also von meiner Seite aus zumindest erzählen würde. Ende war, es klingt so ein bisschen durch, als wenn wir Leute dazu wollen, öffentlich aufzutreten. Ich würde das einfach vergleichen wollen mit dem Slutwalk. Der Walk war ja eine Demonstration, wo Leute bewusst freizender Kleidung auf die Straße gehen. Nicht nur, aber auch vor allem die Botschaft, wir wollen öffnen können und wollen nicht diskriminiert werden. Es ging nicht um alle zu zwingen, öffentlich aufreizend laufen zu müssen. Und so ähnlich sehe ich Post-Privacy-Sache so. Ich will die Möglichkeit, mich öffentlich auszutreten zu können, ohne dass ich die Erinnerung erfahre. Und das ist heute noch nicht erfüllt und nicht mal möglich. Das Ziel, das große. Und noch anders, du hast ein bisschen gesagt, Öffentlichkeit bringt dir auf. Wie ordnest du dann in den Samen, die mir aus der Geschichte einfallen, zum einen, das 1970er-Jährige-Titelbild mit ganz vielen Frauen und der Stadt-Roch-Kabam und das andere, der Christopher-Street-Day, wo Schwule auf die Straße gegangen sind, noch als es sehr stigmatisiert, diskriminiert wurden und öffentlich gesagt haben, ich bin schwul. Wie ordnest du das ein? Hat es gebracht? War das so weit? Ähm, die Frage, ja, ich habe das, höre ich das aus der Spackeria, wollen ja niemanden zwingen, uns komplett öffentlich zu machen. Das war auch schon mal anders, weil ich so im Sinne, am Ende will man ihm was anschreiben, als so zu offen sein. Aber das ist der Punkt, an dem schon Konstanze Kurz und Julia Schramm irgendwie Liedkamp meinten irgendwann, naja, wir wollen ja irgendwie niemanden, aber wer das öffentlich machen möchte, der darf es auch öffentlich. Das ist irgendwie so ein bisschen so der Punkt, an dem sich vielleicht auch Datenbewegung und Spackeria missverstehen. Und natürlich bringt Öffentlichkeit immer irgendwas. Man muss aber auch dabei sehen, zum Beispiel das Titelbild Spiegel oder der Christopher Street Day bis heute ja nicht zu einem völlig diskriminierenden Zustand was gebracht haben. Also Abung ist immer noch verboten, unter Straffreiheit gestellt, die immer wieder, heute wieder beschnitten wird. Und auch in Deutschland oder auch von Chris Street Day, der zwar auf der einen Seite für mehr Öffentlichkeit gab, auf der anderen Seite hat er aber auch damit ein gutes Bild manifestiert von Schwulen, nicht allen Schwulen oder auch vor allen Dingen auch die vielleicht dann teilweise gar nicht vorkommen in dem Kontext gilt, dass sie als diese bunten Party People, die dann umhängen, was einige auch dann wieder sagen, vielleicht schluss jetzt, wenn man dafür kämpft, die Schwulen eher zu bekommen oder die Dähe zu bekommen, eine gleich, also eine hier, eine Lebenspartnerschaft, dass es vielleicht sogar wieder schwierig macht. Öffentlichkeit ist da schon gut, aber es führt nichts zu allen Sachen und wenn man so etwas für Day Pech hat, führt es vielleicht sogar zu Dingen, die man so gar nicht wollte, zu Bildern oder Einstellungen. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich würde noch kurz vorab sagen, dass ich viele Positionen verstehen kann und auch die Emotionale da verstehen kann. gerade diesen Punkt mit den Erpressungen sozusagen, wo ich nur sozusagen eine ganz andere Aktionsrichtlinie bei der Spackerie bisher immer wahrgenommen habe, aber vielleicht bin ich ja auch sozusagen, habe ich das nur wahrgenommen, ist nicht so die Kernidee, hey, wir wollen alles machen und wir wollen alle Menschen, so wie das ja gerade wurde, dazu zwingen, in die Offenheit zu gehen, sondern es geht, ich die Debatte immer verstanden, darum, wir werden es kaum hin, mit ihnen kaum ändern können, dadurch, dass man mal in den nächsten 500 Jahren jemand in den Google-Server hacken wird, es einfach ein Netz oder Facebook hacken wird und dann werden diese Daten hacken oder es werden Krankenakten geleaktet und irgendwo werden immer mal wieder Datenbanken gehackt und kommen an die Öffentlichkeit und natürlich ist zunächst Beurteilung des Hacks und der Veröffentlichung machen. Die Frage, die die Spargel hat, war, glaube ich aber denn insgesamt noch, wie können wir denn damit umgehen und gibt es einen anderen Umgang, die natürlich legitime Teilung der Veröffentlichung machen, also gibt es sozusagen etwas, das wir lernen können mit diesen Schweden, die wir Menschen haben und die wir sozusagen dann durch solchen Veröffentlichungen auch auswichtlich werden, können wir die Gesellschaft nicht dahin bewegen, wenn es eine Utopie formuliert, damit umgehen kann und dass wir uns eben nicht aufgrund derart diskriminieren. Das kann so negativ umkehren, wie du das getan hast in dem Vortrag. Ich fand allerdings sozusagen etwas sehr scharfen Angriff, den ich so von mir aus nie formuliert habe, sozusagen. Wie gesagt, vielleicht interpretiere ich jetzt sowohl die Einheit als auch die Spakaria, aber ich glaube eigentlich, darum zu lernen, wie kann man eben umgehen und welche Lösungen wir einfach mit den Menschen, wenn sie geliebt werden, entstanden damit umgehen können. So habe ich das schon. Nein, also du hast doch gesagt, dass jetzt alles frei werden Busserbeleuter zu zwingen, um was zu machen, das hat er eben schon gesagt, sehe ich nicht unbedingt, dass die Spakaria habe ich auch schon gehört und das Zweite ist, und natürlich habe ich das jetzt scharf formuliert, damit überhaupt Leute darüber nachziehen, weil wenn ich sage, naja, es könnte ein paar Probleme geben, aber eigentlich nicht so schlimm und so, dann denkt auch keiner darüber nach, dann passiert halt nichts. Also ich habe jetzt keine Lösung, aber wenn du sagst, die Frage ist, wie wir damit umgehen, was müssen wir bedenken, dann sind ja Denkanschlüsse jetzt für die Spakaria oder Leute, wie man damit umzugehen hat. Also keine Lösung noch. Ich denke, ich muss mir alle noch mal hin. Ich sehe das auch so, dass es wichtig ist, das scharf zu gehen, so wie Konstanz Kurz letztes Jahr beim CTC-Kongress im Jahr gesagt hat, das als soziale Norm jetzt zu probieren, das kann eben auch zu negativen Auswirkungen führen, dass da eben Leute gezwungen sind, Sachen öffentlich zu machen, weil sie sonst nicht mehr Teil haben können vielleicht in welchen Gruppen. Ich fand das Beispiel mit Mädchen total krass und das zeigt uns aber auch natürlich, wie sexistisch unsere Gesellschaft ist und wie unterschiedlich Männer und Frauen betraut werden und vielleicht könnte man zumindest, also ich könnte man zumindest, wenn es jetzt tönisch klingt, den Wert daran sehen, dass es dann wenigstens einmal sichtbar gemacht wird. Aber grundsätzlich finde ich aber schon auch dann, dass man bei der Spakaria die Auswirkungen von Journalismus und Sexismus und zum Beispiel auch Staat in unserer Gesellschaft nicht kann mit den negativen Folgen, die sich daraus ergeben können. Wie ich zustimme, das ist bei dem Bereich der Leserkommentare und Bereich des sich verletzt fühlens, wenn man im Internet mal für zwei Tage dasteht. Also ich weiß auch, wie es ist, auf Alpermedia zu stehen und dann dort in den Leserkommenten zu lesen und so weiter und so fort. Aber es geht auch vorbei und in den meisten Fällen folgt daraus. Online ist eben anders als offline und man hat eben das Glück, online dort eben nicht von körperlicher Gewalt betroffen. Und so kann man auch Mechanismen entwickeln, in denen man sich eben besser abschätzen kann. Besser als es offline geht, wenn man da unmittelbar davon ist. Ich denke, das geht auch viel, weil man so ständig viele Leute dann auch das viele aber nicht ausfauen oder auch Christian Wals und das machen. Ich finde halt schwierig, dass es immer Menschen geben, die sich das nicht trauen und denen das zu hoch ist und denen das zu hoch ist. Das ist auch so eine Sache, das ist viel, viel schwieriger als schon selber. Und das sollte man immer verhalten. Aber für das Mädchen muss es ja auch vorbeigehen und das wird eine Praxis sein. Und was ich noch sagen wollte, ich stimme dir auch nicht zu bei der Betragung des C. Ich finde es besser, und lasse mir die Familie grönen und wird sich ändern. Ich glaube, es sind. Das werden wir sehen. Hallo. Ich war erstaunt, wie ich den Vorgang eingestimmt habe in den meisten Punkten. Ich hoffe, dass bei dir nicht das Missverständnis vorliegt, dass entweder wir Datenschutzkritiker oder zeitlich Bakkerier ihre ultimative Lösung für das Problem sieht. Es ist ein Lösungsversuch. Es ist nicht klar, ob es so funktionieren wird. Es steht im Raume, genauso wie verschiedene andere Modelle, die Welt zu verändern, dass es möglicherweise klappt, ob es klappt sehen, wenn es durchgesetzt ist. Das heißt aber nicht, dass alle das machen müssen, genauso wie ich würde nicht von ganz doll warten kannst du in der Kommune wohnen oder so. Einfach nur im Endeffekt. Menschen sagen hinterher, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und von uns ist es irgendwie ein kritisches um Datenschutz, wenn Datenschutz an sich sowieso so ein Schlagwort ist. Schütz-Daten, wie gesagt, wenn es heute klaut, das sind die Daten aufweg. Wieso so ein Thema, es muss gar keine Bakkerier existieren. Ich würde mein ganzes Leben auf Töter schütten, auch Bakkerier nicht existieren, weil es sehr lustig will, nur weil es für mich eine Art von Leereinstellung ist. Dafür brauche ich eine Vereinigung, aber glücklicherweise da ist und hier interessanter Talkzeit. Aber ich würde es auch so völlig unabhängig, ob ich das in die Video machen würde oder nicht. Wenn Menschen mich dafür treuen wollen, dass sie mich treuen, solange ich psychisch damit klarkomme, weil es in einem gewissen Rammel ist, ist mir das egal. Diese Menschen, die jetzt irgendwie dieses Mädchen da so handkommen, interessanterweise tun die das auf Facebook, muss da sehen wir es nicht, weil sie unter Umständheit ein Freundeskreis haben, da aber folgen, bei ihren Namen benutzen. Also dieses Problem ist nicht ein Problem von dem Internet und dieses Problem ist völlig unabhängig von Säugen oder von Karnamen. Menschen, die immer hart und unabhängig treuen sind es erst mal bewusst, dass da überhaupt ein zwischenmenschliches Ding ist, was nicht so funktioniert, wie es eigentlich steht. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Sündsand, dass elf von mir wieder darüber reden, weil sonst hätte die Diskussion zum Thema der Respekt irgendwie eingeschlafen. Ich glaube, das kann man runter machen müssen. Jetzt bin ich ein kleines Thema vorbeggenommen, was ich eigentlich fragen wollte, und zwar geht es um dieses konstruktive Problem, wo du es dann so angesprochen hast und was ich auch sehr richtig wichtig finde. Und meine Frage wäre, wie du es gerne schaffen wolltest, dass es dieses Problem gut gibt, also ein Weg sozusagen. Im Moment ist es ja so, dass ich zum Beispiel auf einen feministischen Weblogschreibe, wo wir das versuchen zu thematisieren. Ich fände es aber auch wirklich super, darüber hinaus auch Leute, die, weil sie eben nicht schwul sind, weil sie nicht Migrationshintergrund haben, sich auch mit diesem Problem immer wieder auseinandersetzen und auch selber übergängig schaffen. Im Moment ist es meistens so, dass nur die Betroffenen immer wieder aufmerksam machen müssen, was schief läuft und dass das nicht in Ordnung ist und sich um bestimmtes Recht verdienen müssen, weil die Person gegenüber das Problem überhaupt nicht versteht und es nicht anerkennst. Und das war jetzt das, was ich zu kurz gesagt hätte. Also überhaupt erst mal anerkennen, wenn bestimmte Menschen sagen, ja, wir haben ein Problem, das Problem anerkennen, und dann möglichst darüber hinaus auch selber damit auseinandersetzen und auch selbstständig, selbstig dafür, dass Probleme müssen bei anderen schaffen beziehungsweise dann auch schon wirklich irgendwo, weiß ich nicht, sexistische, rassistische Werbung ist, wenn irgendwelche Plakar hängen, sich schwer um dahin zu gehen und da muss man eben nicht noch trafend sein, weil es manchmal auch dann schwierig ist, eben zu sagen, na, ich fühle mich jetzt davon diskriminiert oder sowas, weil dann natürlich auch wieder was ich schon dachte ist, naja, komm, hab dich nicht so kommend und man in ganz andere Situationen gerät. Aber ich frage mich, wenn das ja auch hochladen ist und so, dann stammt es kurz drauf, die eine Folie müsste ich noch hin, aber dann könnte man es auch noch mal nachlesen. Ja, stimmt, aber das ist ja gerade dieses offene Art, damit umzugehen, wo ich jetzt nicht ganz den Unterschied, auf dieser Art sehen kann. Ja, ich denke, wenn man, oder der Punkt ist eher, dass man das im Moment noch sehr oft den Schuldigenleuten lässt, die von diesen Problemen getroffen sind und dass die dafür eben ungelassenstecken müssen und sich nicht mehr interessiert machen, ja, die bekommst du. Genau, du sprichst da eigentlich für diese Art der Offenheit und für einen konstruktiven Umgang mit der Sache und einen offenen Umgang mit der Sache. Ja, nur, ich weiß halt nicht, ob ich jede 15-jährige Mädchen auf Reddit oder sonst irgendwo hinstellen möchte und sagen möchte, hey, ich bin, ich muss sie ja nicht. Nee, genau, aber entweder sie tut es nicht, dann macht es halt nicht, oder, ne, aber dann soll ich das können, wenn sie will. Ja, super. Dann müssen wir nicht so etwas einstecken müssen. Ja, ich fand den Talk insgesamt sehr gut und gut rief. Ich fand, eine Sache fand ich tatsächlich ein bisschen irritierend, tatsächlich, dass du halt dieses Anprangern, dass Öffentlichkeit noch nicht alle unsere gesellschaftlichen Probleme gelöst hat, sondern, das hat du ja schon da angeschnitten, es ist ein Fortschritt, dass tatsächlich wir den Abtreibungsparagrafen hinter uns gelassen. Nee, wir haben da nicht. Wer ist noch da? Wer ist noch da? Oder dass er strafbefreit ist und das ist auf jeden Fall eine Normalität geworden, das ist eine Relativität geworden. Und ich finde, es ist unverläubbar, dass es auf jeden Fall Schritte gegeben hat und da sollte man vielleicht ein bisschen fair sein, nur weil tatsächlich so das Polis auf Erden noch nicht entstanden ist. Dadurch ist es nicht eine Diskreditierung, sozusagen die Idee, mit Öffentlichkeit der Gesellschaft zu verändern. Weil die eine Sache, die andere Sache ist, wo ich dir recht geben möchte. Und zwar in einem Fazit tatsächlich, und ich habe tatsächlich diese Erfahrung gemacht, dass es für viele, viele Leute ein Aabling ist, um über bestimmte Intimatinger zu reden, wenn tatsächlich ein Schutzraum da ist, also ein Tribalier für Schutzschutz. Ich würde aber tatsächlich das nicht als eine binäre Sache sehen. Also ich habe das wirklich erlebt, ich habe intensiv erlebt, dass es halt genau solche Schutzräume es ermöglichen für Leute, Öffentlichkeit umzugehen und gerade solche Sachen rausblocken. Aber es gibt ja ständig auch einen Grund dafür, dass die Menschenmannschaft öffentlich postet. Und ich glaube, dass sie sich nicht ausschließen. Ich glaube, dass der Schutzraum definitiv nie das Ziel darf. Ich glaube, der Schutzraum muss immer als ein Tool gesehen werden. Als ein Tool überhaupt den Diskurs in Gang zu setzen, um Leute, die vielleicht mal erste Schritte in die Öffentlichkeit mit Intimen und mit schwierigen Dingen machen, halt sie dazu befähigen, ihnen eine Stimme zu geben, auch wenn es erst einmal keine Öffentlichkeit ist, ist erst einmal ein Schritt gegenüber, sie müssen schweigen. Ja, ich glaube für mich war die Quintessenz aus dem Vortrag, dass weder private Daten noch veröffentlichte Daten irgendwie, dass alle die Lösungen für alles sind und alles besser oder schlechter machen. Ich glaube, damit wir in einer post-privaten Gesellschaft, wo Datenveröffentlichungen nicht durch diese Daten mehr Diskriminierung erfahren, muss sich die Gesellschaft selbst ändern. Nur in einer Gesellschaft, wo Herrschaftsfreiheit im Verloten steht, kann überhaupt post-privacy was Tolles sein. Das ist natürlich immer ganz wichtig, dass die Finger mal in Wunder einbrüht, abends mal drüber reden, das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Aber ich wollte nochmal in zwei Nuancen jetzt mal einsprechen, was jetzt angesprochen hat es dort mit Öffentlichkeit, Schäden gerade in Foren. Da sollte man natürlich auch nicht vergessen, wo man der kulturelle Hintergrund ist. Ich kann da mal erinnern an die Fälle, die vor zwei Jahren jetzt in Korea, wenn es sich drehen war, wo der zwei Kante Schauspielerinnen bzw. eine Sängerin wirklich in den Selbstmord getrieben worden ist. Anliegendes Forenwashing, was aber in der koreanischen Gesellschaft das gerade ist, wo man dann eben ziemlich in sich gefeiert ist in der Öffentlichkeit, dass man eben sagt nach außen hin, lächeln, 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 aber man darf da nicht offen sagen, was man will. Die Internetform wurde da ein ähnlicher Shitstorm losgelassen auf diese Leute und da no matter what und wo die Leute nicht mit umgehen konnten. Wir in Deutschland haben natürlich eine gewisse Diskussionskultur auch noch offen in haben. Oder eben auch wie damals in den Leitmedien, wo damals eben Paragraf zur Abtreibung dort gesagt hat, die Warte-Themen, hat es natürlich auch was gebracht, dass es nach vorne gegangen ist. Also sprich, Leute offen, die wir diskutiert, das Thema sind die Medien gewesen, das Leute wurde privat diskutiert, das ist allbendig. Aber gleichzeitig kommt es natürlich jemand auch anders beides gegeben sein muss. Das heißt, die Menschen das gerne privat diskutieren, es gibt Leute, die wollen das gar nicht in der Öffentlichkeit tragen, aber ich habe selber mehr und privaten schon mehrmals erlebt gehabt, dass Leute an uns handelt, ja, ich weiß, wie ihr lebt und so weiter, weil die Leute das nicht irgendwie machen, ich suche Leute für TV-Shows oder sonst, wo ich mir persönlich sage, sei es jetzt um Disexualität, Schwul sein oder was auch immer für ein Thema gibt, wo ich sage, okay, ich kann persönlich dazu stehen, aber soll ich nicht zu einer sind wie AD2 oder wie auch immer diese Medien heißen oder Parz und sagen, warum mich dort öffentlich auseinandernehmen lassen, wenn ich mich einerseits mit dem Format nicht einig werden kann, weil ich nicht weiß, wie das Produkt ist und andererseits, wenn man sagt, ich lebe so, wie ich bin, ich bin stolz auf, habe kein Problem, das als Standard an, einfach mal sich so leben zu können, wie man will, aber ich bin nicht gezwungen für, bloß meine Vorreiterrolle zu haben, mich sozusagen in einem Medien öffnen. Wenn ich es machen, ich lebe es aber einfach so und dann kann auch ein Standard so wie Tag Standard ist, dass man als Mann handelt durch die Straßen gehen muss, ohne das Wasser inzwischen auch im Wald klappt und garantiert mich, dass das noch ein ganz ganzer Weg ist, aber ich finde, das sind auf einem guten Weg, wie inwieweit hilft uns wirklich Anonymität Problemen, die du beschrieben hast, uns rechtbestimmt zu lösen. Da würde ich, also das habe ich sozusagen leider noch nicht, also das hat drei Punkte gesagt, die er irgendwie machen kann, nur die kann man natürlich auch schon das anmachen und die werden leider nicht vor allem getan und ich hatte auch sozusagen Teil hier sozusagen, was Michael gesagt hat zum Beispiel, dass in dieser öffentlichen Debatte, auch wenn sie dann manchmal schmerzhaft ist, uns weiterbringt und auch gerade das für dieses Beispiel, dass du eben sagen kannst, schau dir das an, hier ist ein freundliches Netz, geht in die Öffentlichkeit und kriegt die Raum, das kann man dann wiederum als Aufhänger nehmen, um über diese Gesellschaft zu sprechen, aber in dem Fall hätten wir die Öffentlichkeit nicht, hätten wir damit nicht damit lernen können. Also ich glaube, dass die Nicht-Öffentlichkeit uns nicht weiterbringt, sondern nur tatsächlich die öffentliche Debatte und wie gesagt, weil du da noch Antworten hast, wie man das ohne Öffentlichkeit hinkriegen, kann ich sehr gespannt, also wie man da vorwärtskommt. Also das Erste, der Vortrag soll einfach nicht so groß in die Richtung gehen, wie jetzt unbedingt die Antik quasi für betroffen ist, also nur eher im Sinne von, dass sie in anonymen Räumen sind, die nicht öffentlich sind, halt sich darüber ausforschen, weil es natürlich auch in dem Inhaltsforum gibt, wo sich Menschen betroffen von Bissung oder anderen Problemen, oder vielleicht auch mit Krankheiten, ausforschen können, identifiziert zu werden, was ich aber in dem Fall dann auch sehr wichtig finde. Und das Zweite, klar, irgendwie bringt die Öffentlichkeit das ans Licht, das Problem auch, das ist jetzt irgendwie das zehnte Mal so ungefähr, das ich jetzt mitbekommen habe, wirklich im atheistischen Kontext, dass immer wieder wen oder junge Frauen irgendwo Videos machen, irgendwas erklären, versuchen eben das zu zeigen, auf weiter auch immer wieder die Frage kommen, warum sind so wenig Frauen Atheistinnen? Und das ist aber jetzt, wo die erste Schützsorben war, sondern das ist der X, der irgendwo passiert, wenn sich junge Frauen zu Atheismus sind. Dass immer andere Menschen, die sich dann auch als Atheisten sehen und wo man denken könnte, irgendwie verbunden, dass es jedes Mal wiederkommt. Dass ich, also, selbst Hitchens, der ja nun inzwischen verstorben ist, war halt auch nicht dadurch, dass er antistisch ist, das war ganz im Gegenteil. Das ist an anderen Stellen. Richard Dawkins ist auch schon wirklich so etwas Sexisches aufnehmen und ein wirklicher Bewusstseinswandel ist da immer noch nicht eingetreten. Also, wie oft muss das passieren, bis sich wirklich was ändert? Da bin ich noch skeptisch. Das ist einfach so ein Eliköneszen aus meinem Vortrag.